komm schon wir sind dankeschön hat mich gekillt aber ich habe erstes bekommen oder die sind doch noch gekillt er hat alle sind ein bisschen zu spät geschalten aber ansonsten war es ganz okay ich habe jetzt die schuhe für die durchdringung ich habe das jetzt dann gehe ich jetzt mal auf siehst du genau da kann ich das zunächst stunden class immer holen das wird glaube ich sehr praktisch die luchs hat ein mail was will sie denn mit mir ja einfach mal vor meinem speer weg jumpen ja so ziemlich dem ich von 406 gewesen dass er die minions nicht weiter gepusht hat denn da habe ich sie nice aber die ihre wege attackieren und festhalten tut grad mega pushen das kann ihnen gut heißen und go 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 aua tut doch weh so fiddlesticks war ja irgendwo jetzt habe ich noch mal mit auf die mitkommen ja komm ruhig auf die mitte mit ihr pusht den tower aus mal kurz so was für ein fehl fiddlestar morgana ist da das ist da ok das wird nice fiddlestar okay ich komm runter ich komm runter ich komm runter ich komm runter nice gut getroffen oh oh das war dumm überlebe ich das jinks hat ihre ulti gerastet sehr schön warte lasst mir den farm lasst mir den farm also ich nehme ich gar nicht aufgegangen egal dass wir den farm wie mich die luchs und die nicht gekillt hat ob ich den fiddlesticks kriege und der geht weg ich muss aufpassen wegen der luchs gerade du hast keine hilfe für mich gell danke warte ich kann dir sogar ein bisschen mann ergeben ich bin jetzt gar nicht gebraucht aber ok oh mein gott komm schon komm schon jetzt jawoll ja komm weiter geht's da sind noch einige die noch sterben wollen abklingtzeitverringerung wunderschön hier brauche ich da habe ich jetzt zwar meinen meinen guten farm oh der jesu ist gut 603 da habe ich jetzt auch mein gutes score vermasselt aber so richtig nur so angebrannt ich habe es nicht damit gerechnet dass der jesu dass der dass die jinks zurückgeht sonst wäre ich natürlich nicht hinterher gesprungen ich habe einfach versucht doch irgendwas zu reißen aber na gut wieder passieren alter was richtig ist angebrannt das kann ich dir auch nicht sagen Alright phaum 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 wh выглядит wen go go da ist alles bekommen so sofort damit die minions hintergehe hat das jetzt habt ihr mir jetzt einfach mit ich glaub es nicht übelst schön gehittet ich habe 102 farben also guck mal mir mein team an und guck mal mir meine form an der blubber von dem noch da ist es wäre mega ist in der blubber von den da ich ja da ich abheizustaner bin brauche ich ihn auf jeden fall ja das auch da so viel ich das viel ich das viel ich denke ich nicht nein ich sehe heute heute natürlich nicht gerechnet go 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 an losgeschnitten kann das geschnitten kann das geschnitten kann geschenk komponente nice ok dann habe ich jetzt ordentlich power die power of the bauer power vom bauer natürlich die brauchen bauer enttäuscht ich habe völlig falsch eingekauft luchs kommt gerade zu mir hoch merke ich morgana ist auch da aber egal dass wir uns erst mal so das war's was machst du ich habe versucht was macht die ganze zeit ich habe versucht irgendwie zu entkommen aber das war da war nichts mit dem kommen schade eigentlich wenn an sie ja genau das habe ich jetzt gebraucht ja nee ich wollte noch versucht irgendwie zu entkommen aber ja was ist mit 77 ja ich weiß ich bin schlecht geht ja eigentlich ja ich hab 33 also aber ich habe jetzt 345 ap also jetzt geht's ab wenn ich jetzt was riecht denn hier so verbrannt das ist sehr heftig ich hoffe das kommt nicht aus unserer wohnung wenn sie jetzt sind also ich meine jetzt jetzt go 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 renne ich bin ich schaffe schon was auf juli auf ok jetzt kommen jetzt hier jetzt kommt die tristana jetzt sei ja mal was ein echter fisch ist was ein echter fisch mal gerade fragen was hat das jetzt mit fisch zu tun boah stopp doch und stopp 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 nein stopp mit seiner vor allem hatte ich mein sperr geworfen und in dem moment sind aber die Minions davor gelaufen das kann doch nicht sein alter dein sperr hätte jetzt alles gerissen ja ich wie gesagt ich habe den auch geworfen aber ich würde rennen wenn niemals wird so wenig leben in dem philistix rennen der kid die sofort 88 das fängt auf jeden fall hat gut angefangen aber ich brauche auf jeden fall blue den hat er sich jetzt geholt alles klar das heißt wenn nokturn stirbt dann brauchen muss ich den typen kill der nokturn da stirbt jetzt der hier höchstwahrscheinlich habe ich so das gefühl weil das hat das denn bitte gerade nokturn rennt auch sinnlos rein tristana kommt tristana kommt jetzt ganz in nokturn rein genau super idee bei der nokturn rein oh oh ohhhh Hihihi Komm schon Dmo, stirb Bam Wie ich den einmal gekillt habe Wo ist er? Wollt ihr das Feuerwerk sehen? Oh, Jinx Och man, musst du das machen? Ohhhh Nein! Oh, dieser dumme Ah, kotzt mich das an, ey Dieser dumme Stunt von der Morgana dauert einfach mega lange, ey Oh ja Ich wäre so easy und weggesprungen noch Jetzt bin ich bei 400 AP, also langsam muss ich echt mal was reißen Boahhhh Der hat sich jetzt mega angekotzt Warte mal, ich glaube ich verkauf das wieder Und gehe lieber auf Zweimal das da, weil ich brauche den Lichbane Ich glaube der ist ganz gut für Drittstag Ich weiß das zwar nicht genau, aber ich hoffe es mal Der Lichbane gibt dir denn den normalen Angriff ähm, Bonus dazu, gell? So war das doch Ich weiß grad gar nicht mehr genau Äh, ich weiß grad gar nicht mehr genau Lichbane, Fucht des Lichts Äh, nach Einsatz, äh, Grunde Ja genau Nach Einsatz einer Fähigkeit machen meine Grundeangriffe Fähigkeitsschaden mit Da ich einen mega fähigkeitsschaden mache Uuuuuh, Gana Schön in mein Boahhhh Natürlich, stehlen wir den noch Was auch sonst So, das ist aber meiner, weh, der nimmt den mir weg Dankeschön Ich weiß, wer die wegnehmen wollte, aber hat es nicht hingekriegt Oh, das ist Timo Das ist ein Timo Und das ist ein Luchs Das ist ein Luchs Die Luchs ist näher Wow Bam in your face Mein Uli macht mal so krass Schaden Mein Uli macht mal so krass Schaden Schawoom Schawoom Oh mein Gott, sterbe ich an dem Hunden? Ne Aber an dem Viertel Six, oh mein Gott, an dem Viertel Six Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Oh 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 Alter Schwede Soll ich dich Nein Das kann nicht sein Ich hätte für die Sauger noch gekillt Äh Diese Jingle Da würde ich gerade fragen, soll ich dich healen? Ja Das hättest du wirklich machen dürfen Ja, aber ich war noch nicht nah genug dran Vor allen Dingen, ich raff dann immer nicht, dass ich noch ein Item gegen sowas habe Ich habe ja mein Stundenklass dabei Das hätte ich eigentlich aktivieren können jetzt so schnell Man Genauso wenn irgendjemand ein Ulti zündet, muss ich eigentlich nur so Stundenklass aktivieren Das war's dann Muss ich mir echt mal merken, sowas Ich fühle mich schon wieder mega heftig Eigentlich will ich mir das abgewöhnen, das ist so nervig Nervig Warum? Zum Teufel kaufst du dir den Static-Stich Mit Nidali Wie gesagt, ich finde das halt, um erstmal schnell Geld zu machen, sehr günstig Und zum Ende hin wird das dann halt ausgetauscht Okay Das ist aber an der ganzen Kostspiele angegangen, da muss das mal soweit zum Ende kommen Ja, na, aber es hat halt zwei Seiten Die normalen Angriffe verlaufen viel, viel schneller Was manchmal auch einiges ausmacht Was? Ich hab doch, ich hab doch die Schaden Ich hab doch die 3 gedrückt, Mann, ich hab's doch getan Hab ich einen Kill gemacht? Ich mach 1000 Schaden mit meiner Ulti Okay Das ist heftig Aber eigentlich habe ich gerade Wo habe ich das jetzt eigentlich wahrscheinlich für das da, würde ich das mal nehmen? Okay, alles klar Ich hol mir mal Ja, geh ich erstmal zurück Was haben wir denn das oder haben die das? Die damals Die sind ein Ass Also ich kriege immer einen Kill und sterb dabei Ein Ass Die sind ein Ass So sieht's aus Kein Ass, ein Ass Das kann er kommen Das verstehe ich auch immer nicht so ganz Wenn eigentlich das ganze Team, Gegner im Team noch lebt, warum will man dann auf den Baron gehen? Ich mein das Ich mein das Bam! Oh nice Jetzt geht's wieder ab hier Danke Hihi Jinx ist hier Und Timo Ja, Timo ist auch hier Wenn du ihn noch einmal trifft, das wär mega nice Ah Ah Da kommt schon Babys Kommt vier Sekunden für Ulti, vier Sekunden für Ulti Nein Ich mach Jinx im Tower, aber das kann ich auch erzählen Oh, sei natürlich, ich kann mir empfehle Sticks Dann lass ich das Wollt ihr das Feuerwerk sehen? Ist das gut, ey? Oh, die gezündet Ach nein Ich hätte wohl gar nicht fast gehabt, aber dann kam der Tower Nice Das war ein Ass, oder? Stell dich dem Blick So, und? Tower down Oh, ich geh erstmal auf die Top Ich geh erstmal auf die Top Äh, war das ein Ass? Keine Ahnung